Mein Name ist Mariam Heimel und ich bin 14 Jahre alt. Zuerst spiele ich aus dem ersten Band des hochchampulierten Klaviers von Dürer mit Bastian Bach Präludium und Fuge Nummer 17 in Astur. Danach werde ich Eva-Ulberg von Adolf Hensel spielen. Zum Schluss hören Sie der Name aus dem Pavillons von Robert Schumann Nummer 11. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020